Hallo, hier spricht Müller. Wir brauchen dringend Starkstromkabel. Was? Hallo? Ich verstehe Sie nicht. Eine Verzögerung kann ich mir nicht leisten. Moment, Faber hat doch einen neuen Webshop. Im übersichtlichen Webshop der Klaus-Faber-AG finden Sie mit nur wenigen Klicks immer das, was Sie gerade brauchen. Ganz einfach Verfügbarkeit prüfen und bequem online bestellen. Und nur kurze Zeit später ist die Ware schon auf der Baustelle. Das war ja einfach. Der Faber-Webshop. Maximale Warenverfügbarkeit trifft starkes Sortiment.